so leute hier bin ich wieder bei einem neuen video von one piece by various 3 heute sind wir moment 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 wir sind heute auf jeden fall abenteuer auf der geisterinsel ich würde sagen wir fangen sofort an wir haben diesmal 2468 charaktere zur auswahl robin frankie und brock ja spiel ich habe eigentlich mehr bock auf raffi wenn ich ehrlich bin allerdings haben wir sowieso noch jeden charakter werden wir noch nehmen haben wir den dritten slot für die fähigkeit auch den haben wir auch nur dreimal wie hier ist luces wappen spezial angriff okay wir sagen den raffi und ja vorlaufen putz ich bin gespannt was uns in diesem part erwartet denn ich habe ehrlich gesagt keine ahnung dieser nebel ich frage mich ob wir schon dieses gebiet erreicht haben du hast recht das muss das für florian triangel sein wir verschwinden dinge auf mysteriöse weise hier gibt es bestimmt geister so war bloß nicht wir müssen uns sofort mit anti geister ausrüstung und eindecken hier Sieht aus wie lissισupp blutgegrüßt das war schon jahrzehnte her sein dass ich hier menschen getroffen habe Schaut, es redet, das klettert Afro und es kann reden Schau, schau, was für eine entzückende Dame Wie, wir haben reizend Wäre es wohl genehm, wenn ich einen Blick auf die Höschen schibitze Hast noch eine Tasse im Schrank Hey du, wer bist du? Was machst du hier? Und was zur Hölle geht auf diesen Meer ab? Raus mit der Sprache Ist doch egal, wer soll bei uns mitmachen? Sicher, warum nicht? Was? Ich bin Dead or Bones Broke Die Freude ist ganz meinerseits Abenteuer auf der Geisterinsel Mit einem neuen Schiff Der 1000 Sunny und einem neuen Crewmitglied Und Zimmermann Frankie Dem Cyborg setzen die Strohpiraten In Water 7 die Segel Und begann sich in das Florian Triangle Ein mysteriöses und von Nebel bedecktes Meeresgebiet Dort trafen sie niemand anderes als Broke Ein lebendes Gelät Da er die Toten Da er die Totenreich Frucht gegessen hatte Wurde er wiederbelebt Und war seit Jahrzehnten in diesem Teil des Meeres unterwegs Broke fiel Ruffy und so lud er ihn Teil der Crew zu werden Broke war erfreut aber leider nicht dazu In der Lage beizutreten Eins hatte jemand seinen Schatten gestohlen Was es ihm unmöglich machte Im Sonnenlicht zu überleben Bald schon tauchte eine mysteriöse Insel Thriller Bark von ihnen auf Und Broke zog alleine los Den Hauch eines Abenteuers Witterten Witternd Ging auch Ruffy und die Crew An Bord der Thriller Bark Wurde dort Wurden dort jedoch von Zombies angegriffen Und ebenfalls ihre Schatten beraubt Der Schattendieb und Erschaffer der Zombies War Moria Einer der Samurai der Meere Ruffy und die Crew Traten an Neut auf Broke Und erschlossen sich Für den Kampf gegen Moria zu verbinden Um so ihre Schatten zurückzubekommen Ja Kampfvorbereitung Münzen verwenden Ne das brauchen wir nicht Sorry Genau so Okay level 26 ist maximal Ja Kampfbeginn Wo sind die anderen Ich frag mal die Zombies Wo sind alle hin? Fasten wir uns vorsichtig voran Ich sehe nix Zombie-Kommandant Hier hast du meine Freunde gesehen? Sorry Sorry ich weiß nix Sorry ich auch nix Sorry ich auch nix So bin ich dann Und zack Und zack Ich hab doch gar keine Ahnung wo ich hin muss Ich hab doch alles verdeckt Maschinen Ich bin ja schon tot Ja Ein Skelett mit Humor Aber Ich hab ja schon tot Flucht Ihn habe ich schon mal Okay Hey, da ist er Ist das ein R? Ja doch, jetzt sehe ich es auch Egal Moria ist verschwunden Ich habe Robin gefunden Äh Wo bin ich hier überhaupt? Ich habe doch gar keine Ahnung Wo bin ich hier überhaupt? Ich habe doch gar keine Ahnung Äh Wie ist das denn? Das war's für heute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber egal. Der scheiß Nebel da weg wäre, das wäre schön. Oh Mann, ich hab jetzt keine Ahnung mehr, wo ich bin. Die haben wir eingenommen. Die ist versperrt. Frag mich echt nicht. Leck mich am Arsch, das ist eine Scheiße. Sowas ist überhaupt nicht meins. Echt. Also sowas hasse ich. Bin ich wieder hier? Ich hab keine Ahnung, wo bin ich denn? So fick. Ähm. Hier vielleicht lang? Bin ich hier? Bin ich hier? links oder rechts links oder rechts ich mache rechts da bin ich ja wieder da ist doch eine scheiße und die scheiße kaputt machen ich war doch jetzt hier schon überall zum die folgen ist einfach mal ok ich freu ihn doch nicht ah ich hasse suchen das ist so eine scheiße wenn man nicht weiß wo man hin muss alle von denen ist ganz niedlich oh oh wo ist chopper frankie hummel es wird eigentlich nur noch nah mir ja 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 okay BOM GOM so ich wollte euch doch an den zombies verwandeln wenn du vorhast mir im weg zu stehen bist du mir egal ich werde euch mit meinen geistern das fürchten lernen wenn ich wieder geboren werde dann bitte als schalentier das ist blöd ich werde einfach sterben warum bist du so niedergeschlagen ist was passiert ich bin ein geistmensch und erwecke mit der kraft der geist geistfrucht geister die die herzen der menschen aushöhlen das ist euer ende negatives hollow ich bin kapitän lissop warum warum hat das nicht funktioniert meine technik hat doch jetzt hier nicht verfehlt was hast du getan gar nichts getan war immer schon negativ was hat was hat was hat GONG GONG Money, 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 alles mind Fleisch Endlich Jetzt wird's lustig Finde deine Crew Und knack Und GONG 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 Wir werden auf jeden Fall jetzt gleich erstmal eine Pause machen kurz Also einen zweiten Part werden wir auf jeden Fall hier machen müssen Weil das ist echt eine lange Also weil ich ja auch so lange gebraucht habe um die ganzen Partner zu suchen und sowas Also entschuldigt mich, wir werden jetzt auf jeden Fall gleich hier erstmal kurz aufräumen Und dann werden wir Erstmal, wie gesagt Dann einen zweiten Part werden wir auf jeden Fall hierfür brauchen Hm GONG 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 So, ich stell mich jetzt hier hin und dann werde ich erstmal Also ich mach jetzt noch die Attacke und dann werde ich erstmal sagen Wir sehen uns dann im zweiten Part genau hier an der gleichen Stelle Und ja, bis dahin Haut rein und bis gleich Bis bald Bis bald Bis bald Bis bald Bis bald Bis bald Bis bald